so halli hallo halli hallo willkommen zu fragmented einem kleinen neuen spiel das ich euch hier mal vorstellen will ein survival game und zwar handelt es sich hier um eine alpha version die praktisch gerade auf steam erhältlich ist die ist jetzt ein paar tage glaube ich draußen dann schon drei vier tage sein nehme ich mal an und das hier war meine erste basis die ich gebaut habe hatte ich noch gar keine ahnung wie das spiel eigentlich funktioniert hat da irgendwas hingezimmert hier eine ganz kleine hütte lagerfeuerchen wie ihr sehen könnt und diverse sachen zum kräften die man hier braucht aber das seht ihr ja klein einzelnen hier ist dann das interface also was man im inventar hat die sachen die ihr hier seht die habe ich mal alles selber gecraftet ihr sammelt natürlich hier ressourcen wie die weltmeister da oben habt ihr dann die skill seite auf der linken seite rechts ist es auf der rechten seite das gilt ihr quasi dann euer zeug da steht dann auch immer da was ihr für den nächsten level dann an skill eigenschaften dazu bekommt an überlebensfähigkeiten an craft fähigkeiten und so weiter das legt ihr alles praktisch über diesen skill braun fest dann habt ihr jetzt hier das craft menü wenn es grün ist da wie hier dann könnt ihr das schon kraften dann habt ihr genug ressourcen gesammelt es gibt dadurch verschiedene sonst wie viele verschiedene ressourcen rot könnt ihr nicht kraften aber es kommt einiges zusammen hier dass das noch mal unterteilt in die verschiedenen kategorien die ihr da kraften können eben halt eben nahkampf waffen melle waffen für die basis klamotten und was wisst der geier nie alles und da habt ihr dann halt die möglichkeit euren charakter so zu gestalten wie ihr das braucht was gibt es noch zum spiel zu sagen hier gibt es halt verschiedene lebewesen in dem spiel hier ist das zeug was er halt braucht zum beispiel um zement kräften zu können oder um euch essen zu braten das sind so die grundlegendsten sachen die man in der basis aufstellen können am anfang fangt ja natürlich völlig nackt an da habt ihr überhaupt noch keine waffen kein inventar ihr könnt aber auch an bäumen zum beispiel mit plankenhänden schon rohstoffe sammeln manche bäume geben halt mehr manche weniger rohstoffen das geht mit büschen und mit kleinsten steinhaufen natürlich auch weil gerade büsche am anfang werden für euch auch wichtig sein die geben euch dieses spain also diese stäbeln die ihr braucht aber auch beeren und früchte die ihr da halt essen könnt weil ihr müsst ja von irgendetwas leben euer charakter hat ja auf der rechten seite wir jetzt schon sehen könnt da eine anzeige leben oben gesundheit dann das nahrung als nächstes darunter wasser luft und dann die temperatur also ich kann zu kalt oder zu heiß werden wird euch zu kalt nimmt der schaden wird euch zu heiß nimmt der dauerhaft schaden da müsst ihr halt gucken dass ihr das immer ein bisschen ausgewogen kriegt später kriegt er natürlich dann immer besser zu craften die klamotten die das halt einigermaßen alles ausgleichen und ja ihr müsst halt schauen dass er einfach überlebt darum geht es hier in dem spiel was könnte man jetzt euch zeigen ich habe am anfang gerade eine basis euch gezeigt bei der ich zuerst war da werden wir dann gleich noch hinlaufen unterwegs werde da verschiedenen tierarten begegnen da wenn ihr die tiere dann in der lage seid die zu töten müsst ihr dann mal schauen ob ein messer eine axt oder sonst irgendwas in die hand nimmt zum ausschlachten der tiere weil wenn ihr da die passenden werkzeuge dafür in der hand habt dann erhaltet ihr da mehr oder bessere materialien und wie jetzt hier zum beispiel da kommt luca den macht er blatt der kann euch eine luca haut geben aber auch zeug zum essen oder fette oder was wisst der geil was die euch nicht alles geben können und da würdet ihr einen teil davon ohne der axt nicht bekommen oder ein messer und dann fehlt euch halt zeug wie gesagt auch aus dem luca aus den luca häuten könnt ihr euch dann auch später noch klamotten craften und die bekommt er halt nur wenn er die richtigen mittel in der hand habt deswegen müsst ihr dann schauen dass euch fürs inventar vielleicht noch zusätzliche taschen craftet und so ein zeug wo er dann zusätzlich stauraum bekommt das wird ziemlich schnell dass wir da merken relativ knapp weil es doch reichlich verschiedene ressourcen gibt ihr stoßt dann später noch auf roboter so ein zeug also so maschinen zeug wo er dann batterien kabel und was bis der geier die leiterplatten oder sowas rausbekommt die ihr dann später braucht um hightech zeug zu craften oder andere waffen aber das kommt dann erst später ist meist auch deutlich level höher ich selber habe mir schon eine knarre wie er unten bei mir sein könnt auch schon gefertigt zeige ich euch gleich mal da könnt ihr natürlich auf der auf distanz angreifen auf range wobei er immer dazu sagen muss dass die range waffen zumindest besetzt was ich so mitgekriegt habe nicht ganz so viel schaden austeilen wie die nahkampf waffen was ja auch logisch ist eigentlich ist gerade wenn ihr einen offenen stärkeren gegner schießt würde ich euch raten den anzuschießen und wenn er dann kurz vor euch vielleicht ist dann die waffen noch mal zu wechseln dass er den schneller down kriegt dass er dann hier merkt er kommt zu auf euch zu und der braucht dann noch eins zwei schuss dann könnt ihr den natürlich noch niederstrecken aber es ist halt eben ihr braucht schon einiges an schuss ihr müsst vor allen dingen auch daran denken dass ihr euch für die waffen die ihr damit führt patronen also munitionen craften müsst weil ohne den funktionieren die waffen nicht und da habt ihr so völlig sinnlos dabei und hier wechsle ich jetzt auch wieder auf eine achse oder irgendwas wenn ich die ausnehme dass da einfach bessere oder mehr materialien für mich dann rauskommen die wir auch verwenden können genau ja bisschen wie gesagt das hatte ich auch schon erwähnt diese komischen bunten dinger hier die jetzt gerade links an uns vorbei beziehungsweise jetzt gleich rechts an uns vorbeisausen das sind alles verschiedene rohstoffe für euch der minimap die habt ihr jetzt auch gerade gesehen die haben wir natürlich auch noch die könnt ihr noch raus und die ist schon deutlich größer wie das was ihr gerade gesehen habt da gibt es später noch eine wüste und so ein zeug wo ihr euch dann noch reinbegeben könnt wieder andere materialien andere gegner natürlich zu finden und das so weiter ihr in das gebiet hier einrückt desto stärker werden immer die die gegner logischerweise also die vom level her sie machen euch dann auch mit wesentlich mehr schaden da wurde ich darauf achten gerade wenn ihr eine längere strecke zurücklegen wollte oder gerade wenn ihr jagen seid weil ihr gerade heute braucht nehmt euch genug bandagen mit und waffen auch für nahkampfbereich auch wenn ihr melle waffen dabei habt falls doch mal was ausgeht dass ihr euch noch irgendwie verteidigen könnt ihr könnt nämlich auch mit diesen waffen wie ich es jetzt hier die ganze zeit schon zum jagen benutze eine axt auch zum bäumefällen dadurch benutzen kriegt da deutlich mehr rohstoffe aus so einem baum raus und das macht dann natürlich sinn da die axt auch für sowas einzusetzen ihr müsst halt daran denken die materialien die axt und das zeug das geht alles irgendwann zu bruch die haben eine gewisse schlagzahl die ihr damit ausführen könnt und wenn die schlagzahl erreicht ist dann zerbricht die quasi also ihr kriegt eine warnmeldung vorneweg diese kette so dass es halt kurz vorm zerbrechen steht und dann kriegt er noch mal eine meldung gebroken dann verschwindet ihr aus eurem inventar aus eurer hand die ist dann weg die ist dann faktisch ja wie aufgebraucht hier seht ihr schon in der ferne so langsam eine zweite basis die ich gebaut habe die sieht dann schon ein bisschen schicker aus da hat er gleich merken da haben wir dann auch richtig das gebäude dann schon drauf stehen in dem man auch richtig sich aufhalten kann das ist jetzt aus steinen gefertigt das ist dann quasi die nächst höhere craft stufe ich könnte schon eisen natürlich auch machen und eine eisen basis eine iron basis bauen das habe ich da ihr braucht so viel verflucht viel rohstoffe seid viel am rohstoffe sammeln also das muss man wirklich sagen im spiel dreht sich viel ums rohstoffe sammeln ums jagen überleben ihr könnt schwimmen beim schwimmen filter gleichzeitig euren wasserbedarf auf den ihr habt ihr könnt später dafür natürlich auch noch flaschen kräften in dem ihr euch dann da quasi für unterwegs dann trinkflaschen mitnehmen können weil wenn ihr gerade in der wüste unterwegs seid ein bisschen am rand euch geht das zeug aus ja also das ist halt wie gesagt alles noch drin hier habe ich schon ein bisschen was reingesetzt was ich brauche zum zum hier zum waffen modellieren zum beispiel wenn ihr dann stärkere waffen bauen wollt oder laser waffen oder was ist der geil was dann hier alles zu bauen gibt aber ihr seht da das ist schon ein ansehnliches gebäude ich weiß nicht ob es da später noch betten oder sowas ich habe mir das so genau gar nicht angeschaut ich bin ja selber noch nicht so weit aber ja ich sag mal jetzt für stufe 20 kann man doch sagen dass man es da schon um die stücke reingespielt es wird bis jetzt nicht langweilig weil ihr immer wieder doch mal eine neue gegnersorte kennen lernt und wissen wollt wie kraftet sich das wie schaut das aus weil gerade wenn ihr die basis kraftet ihr habt da keine bilder dazu vorneweg wie das ausschauen soll da steht dann halt da ihr kriegt ein haus ja okay dann ist es ein haus und ja in meinem fall ist dann das hier rausgekommen und das hat dann schon ist eigentlich nicht schlecht das ist voll schick eine deutsche übersetzung für das spiel soll noch nachgereicht werden wenn ich das richtig informiert bin wann die kommt weiß man natürlich nicht sie patchen ständig dran rum beheben fehler bugs die sind natürlich erfreut werden die dann einschicken tut aber ich denke mal im groben ganzen habt jetzt mal kurz so einen eindruck über das spiel bekommen aber ich das natürlich kaufen wollte es kostet 22 90 wie gesagt im steam store könnt ihr euch das kaufen dieses fragmented aber ich bereue es bis jetzt nicht ich finde es eine tolle schache wenn sich das in der richtung wie es jetzt ist so weiterentwickelt denke ich mal wird es ein ganz 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 tolles geben dann danke fürs zuschauen ich danke euch bis zum nächsten mal euer highspeed ciao